Über den Unfall kann ich wenig sagen. Irgendetwas fiel vom Himmel. Und dann nichts mehr. Ein schwarzes Loch. Ein unendlicher Traum von sich wiederholenden, zuckenden Bewegungen. Wer ist da? Ihr Anwalt. Wissen Sie, wie viel Sie bekommen? Acht, einhalb, Millionen Pfund. Wieso einhalb? Bitte? Wieso nicht einfach acht oder neun? Hallo? Manche Dinge kommen wieder zurück. Das Gebäude ist sehr speziell. Eine rote Backsteinfassade. Katzen auf dem Dach des Nachbargebäudes. Ich muss es finden oder herstellen. Sagen Sie mir noch etwas über die Menschen, die das Gebäude bewohnen sollen. Da ist eine alte Dame. Sie kocht. Es gibt einen Pianisten. Zwei Etagen unter mir. Drei, zwei, eins, los. Und dann gibt es einen Jungen, den ich immer sehe. Wenn alles andere stimmt, taucht er auf. Stopp. Tut mir leid, Sir. Ich bin keine 20-jährige Ballerina. Wir hatten diese Unterhaltung schon mal. Kannst du dich erinnern? Was ist los mit dir? Es muss realer sein. Ich will mehr Details. Und der Himmel ist zu klar. Ich will Wolken. Was zum Teufel ist hier los?